hallo und herzlich willkommen liebe abonnenten ich bin's wieder euer robert und wir machen hier heute weiter mit den kryptos dieses mal werde ich 30er nur 30er machen und wir starten dann auch gleich und denn ja geht das gleich los hier kryptos so zack schon mal nicht schlecht weiter geht's die verstoßtarnung okay dann geht das hier weiter so dann machen wir noch mal club und diesmal kann ich euch vielleicht sogar fast alles zeigen wenn ich glück habe was wir da alles freigeschalten haben pam und pam nice psychedelisch richtig krass den habe ich sogar noch gebraucht und die kriegsgezeichnet für die kuda richtig nice so dann geht das weiter aber immerhin eine geste naja war jetzt nichts besonderes drin fast nur dinks hier gesten aber naja so mal gucken haben wir noch mal glück und haben mal was richtig geniales drinne himmel spektre körper ich glaube da habe ich das andere auch schon gehabt von aber dann machen wir jetzt psychodelisch rein fast nur gesten heute fast nur gießen dich eine nice alter schwindler für die kn 44 vorne und jetzt weiß ich auch was vorhin garo meinte im stream richtig nice die tarnung ist echt nice die habe doppelt schwindler für die locus aber auch nicht schlecht kriegsgezeichnet für die drakun nicht schlecht nicht schlecht da ist alles für die xr2 nicht schlecht nicht schlecht richtig nice waldbewohner visitenkarte alter geil alter richtig nice waldbewohner geiler hier also vorne hat war mal ein krypto geöffnet hier hat er wie viele gesten ich heute bekommen habe das ist ja wahnsinn damit wirst du der hingucker schlechthin sein naja der hitze die untoten emblem richtig nice 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 vorne doppelte 1000 wird bearbeitet richtig nice da gucken wir uns das alles mal an freunde dann können wir sogar noch ein paar kisten auf ruppe hier richtig nice dann machen wir dann natürlich noch mal nice nice das wird ja immer geiler hier die flüsse sind entschlüsselt alter nice so freunde und dann gucken wir mal was wir alles freigestaltet haben wir kapper den spezialist gleich drin da haben wir auf jeden fall psychodelisch den hellen dann haben wir psychodelisch auch das das hat sich schon was aus gesten haben wir auch noch gut vergessen ripper da machen wir rein friede auf jeden runter ja kann man auch rein machen so dann gucken wir mal was wir noch haben wir hatten wir den firebrick oder wat da hatten wir glaube ich irgendeine rüstung oder so bin mir gar nicht sicher nutzlos ja gut haben wir dann doch für irgendwas noch wat ja für den reaper hatten wir noch wat ok und noch ein paar punkt und und lob mich das ist die ja gehen wir mal alles durch dann haben wir für ihn haben wir auch noch wat da haben wir sogar noch ok gar nicht schlecht aus gut dann waren wir da rein dann haben wir hier noch oh hier haben wir 5 stück alter nicht schlecht aber natürlich nur verneigen und punkt ne dann mag lieber das so exekution und wir würden na dann haben wir noch die fingerdrohung na so dann haben wir für den für die battery haben wir auch noch wat gucken wir uns das mal an fertig na dann haben wir für den profit haben wir auch noch wat und auch nur gesten ich habe gesagt wir haben meistens nur gesten ne so dann haben wir auch noch 5 stück alter was denn da los wie schlecht auch alles nur gesten ne ich schäme mich für dich unbeeindruckt dann haben wir hier klatschen na gut dann lass ich mal klatschen dann haben wir hier den volltreffer ja dann haben wir hier lob mich und gehabe ja auf jeden fall so dann haben wir hier auch noch 2 stück und dann geht es weiter mit den waffen vorne salut und verneigen na gut dann machen wir das rein so und dann haben wir dann alles fertig dann macht mir natürlich wieder den specktele rein so und dann geht es weiter mit den ganzen waffen hier die kula hatte glaube ich eine tarnung jawoll das war die die mache ich hier auch glaube ich einfach rein so dann hatten wir für die weißt du hatten wir hierfür wat ne hierfür hatten wir auf jeden fall ne tarnung das weiß ich psychodelik ach quatsch schwindel ich weiß nicht wie komme ich jetzt auf psychodelik ich Idiot die ist auf jeden fall übelst nice die wird auch reingemacht die gefällt mir so dann weiß ich gar nicht was hatten wir denn noch pumpen tarnung na für die volltreffer ich bin ja gerade dabei dark matter zu machen freunde und äh kann euch ja mal zeigen ich hab die sturmgewehre schon fertig die diamant hier seht ihr ja die hab ich fertig und die mps habe ich auch fertig kann ich euch auch nebenbei auch nochmal so zeigen das bin grad bei den schrotflittenball auf diamant zu machen und wenn ich denn da aber alles fertig hab zeig ich euch dann nochmal im video was da macht euch mal keine sorgen so dann machen wir uns mal ich weiß gar nicht was ich alles noch hatte äh drakun hatten wir noch irgendwas ich hab das schon wieder vergessen ne tut mir jetzt echt leid da hatten wir die da hatten wir die und die aber eigentlich bei der drakun hatte ich dann noch was anderes ne das war glaube ich die locus ne oder ah die locus war das da hatten wir auch die genau da hatten wir auch die schwindeler tarnung und viel mehr weiß ich jetzt gar nicht mehr muss ich echt mal sagen äh noch irgendwas bei den fgs oder was ich weiß das gar nicht mehr ah hier noch die standard tarnung da noch was äh ich weiß das nicht mehr sorry wenn ich da jetzt irgendwas verkacktes gemacht hab aber dann zeigt euch noch die embleme schwarzmarkt oder haben wir den krokodil und den untoten den werde ich mir auch glaube ich rein machen der bockt könnt ihr denn rein machen ach so als emblem festlegen oh mein gott hab ich denn noch ein emblem hart ne war doch alles oder Visitenkarten hatten wir noch Zombies noch da noch und schwarzmarkt noch genau hier die hier übelst nice und dann hatten wir glaube ich noch ist hier noch irgendwo was ne ne ich glaube nicht doch irgendwo muss hier aber noch was sein naja Freunde egal dann haben wir das alles durch ich hoffe es hat euch gefallen Freunde und dann würde ich einfach sagen bis zum nächsten mal haut rein tschüssi